Oh, Alter, ich hasse das. Jedes Mal muss ich das Spiel neu in den Aufnahmeprogramm registrieren. Für Sounds. Na, na! Tja! Ja, erste Folge Horror gewesen. Und, Alter, ist die schlimm geworden. Aber erstmal müssen wir uns hier ein paar verstecken, bis ich hier einmal in den Raum reinkam. Sorry! Was kann ich sagen? Guckt euch die Folge an, auch wenn die Sounds nicht da sind. Es gab echt Momente, ich hab mir in die Hose gemacht. Und deswegen, wir spielen auf normal. Oh, diesmal keinen Schrank gucken. Oh! Der Schal, das hat mich letztmal fast umgebracht. Ja, wir haben Medi-Packs. Ich hab nur eins gefunden. Und einen Schlüssel. Den Schlüssel hier zählen wir mal nicht dazu. Ich find's auch lustig. Ja? Darf ich die Schrecke aufmachen? Schlüssel? Es fängt schon mal besser an, als es aufgehört hat. Gib mir, gib mir den Schlüssel! In welchem Raum war der? Ja, die macht Fensterscheiben kaputt. Willst du mich verarschen? Ja! Hä? Das ist hinter mir! Aber es hat gleich die Tür zugemacht, Schatz? Schatz? Ich hab die Frau getötet! Ah! Das ist bei derselbe! Ey, ich hab die, glaub ich, kaputt gemacht! Ich trau mich nicht! Warte mal, ich geh mal näher dran! Also, einen heißen Booty hast du? Hi! Also, ich muss sagen... Schöne Augen hat sie! Oh! Lass uns mal ein bisschen aufknüpfen, ne? Ich trau mich jetzt die Tür nicht auf... Hier, ich hab sie geaktiviert! Hier! Tür! 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 Ah! Scheiße! Hier an der Hauptschlitter-Code! Ähm! Ich hab die Tür zugemacht! Wie kamst du rein? Oh! Ich frag mich nichts mehr! Die ist ein Alien! Die ist ein Alien! Ich bin ein Alien! Ich bin ein Alien! Ach komm! Deine Anziehungskräfte sind unglaublich! Weißt du das? Wir spielen drei Minuten! Du bist jetzt schon Teletop... Telotops! Telotops! Kralo, wo bist du? Jetzt sind Telotops! Also... Kannst du damit mal aufhören? Danke! Dein Tisch ist im Weg! Nein! Ach, hör auf damit! Ja, lass mich in Ruhe! Wir können ein Date später haben! Wenn ich fertig bin, mit Schlüssel suchen! Oh, jetzt Köpfe! Hi! Dein Messer guckt aber schön aus den Fenstern! Ach komm schon! Fück hier springen ein! Ach komm! Wie?! Das ist die Folge der Herzefakte! Nein! Ich bin tot! Weil sie sowas kann!